Bundesliga geht wieder los, supergeil, aber die krassesten Fouls gibts wie immer bei PusiterrorTV. Und nun viel Spaß an der Freude. Ist mir auch zu Sexe well, ja, das ist so aggressiv, das mag ich gar nicht wirklich. Mit ihrer Ulknudel, Caroline Kebekus. Halt! Ich hab ein Match bei Tinder. Was? Zwei Meter entfernt nur. Ich liebe es, wenn alles daneben geht. Hä, hässlich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Nervenkirzel. Man muss niedlich sein, man sagt sich das auch so, das sieht süß aus, danke schön, danke. Ich bin niedlich, danke schön, danke. Alle Infos über die Produkte, die ich so in den Arsch gesteckt bekomme, die könnt ihr hier sehen. Hier hab ich euch alle verlinkt und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und hier könnt ihr mir auch ein Kommi dalassen und alle Hater, die können mich hier am Arsch lecken. Einmal muss man es aber in den Mund nehmen. Ja, einmal. Vespe und Hummel, danke. Einmal muss man es aber in den Mund nehmen. Der Show ist vorbei. Wie? Ihr habt nicht alle sechs Folgen Pussy Terror TV gesehen? Das gibt's doch nicht. Aber kein Problem. Wir haben jetzt alle auf DVD. Yeah. Pussy Terror TV gibt's jetzt auf DVD. Die erste Staffel mit allen sechs Folgen und viel Bonusmaterial. Jetzt bestellen. Parsoniblen misuchun und junkdom. Ja. Pêl. Untertitelung des ZDF, 2020